Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man das sogenannte Shiburaschka Rig baut. In diesem Sinne auch nochmal beste Grüße an den Abonnenten Luke Eberle. Der hat sich nämlich über einen Kommentar dieses Tutorial gewünscht. Also, hier ist es. Um das Shiburaschka Rig zu bauen, habe ich hier mal zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, das Shiburaschka Rig komplett fertig zu kaufen. Das wäre die einfachste Variante, weil man da nicht viel basteln muss. Das ist dieser Bereich hier. Das war es eigentlich schon. Und es gibt nochmal eine Variante, bei der man das Ganze selber baut. Das wäre dann der Bereich hier mit Klemmzange, Kugelblei, Stahldraht und so weiter und so fort. Da komme ich aber gleich noch zu. Gehen wir als allererstes mal auf die erste Möglichkeit ein, das Ganze komplett fertig zu kaufen, sage ich mal. Da haben wir ein Kugelgewicht mit jeweils zwei Schlitzen. Ein, jetzt fokussiert, ein kleiner Schlitz und auf der anderen Seite ein etwas größerer Schlitz. Das liegt daran, dass dazu noch passend eine Einhängeklammer in diese Kugel geschoben werden muss. Das sieht dann am Ende so aus, dass man hier diesen Einhänger, kann ich ja mal machen, dann in die kleinere Öffnung schiebt. Der Einhänger selber ist ja auch ein bisschen verjüngt, wie so ein Karabiner. Hier in einem breiteren Bereich hängt man den Köder dann ein oder die Hakenöse und hier kommt dann das Fluorocarbonvorfach dran. Dafür nehme ich mir jetzt mal hier einen vorbereiteten Köder. Das ist die Noris Inlet Minnow. Die habe ich jetzt auf einen Offset-Haken gezogen. Das wäre auch der Haken der Wahl. Hier habe ich den Haken nochmal ohne Köder. Den zieht ihr einfach auf den Köder drauf. Beziehungsweise jetzt hier den Köder auf den Haken drauf. Und dann, der nächste Schritt wäre, wenn nicht schon gemacht, zieht ihr aus der Kugel die Einhängeklammer raus. Ihr nehmt die Einhängeklammer und zieht die Hakenöse auf die Einhängeklammer und zwar auf den breiten, in den breiten Teil der Einhängeklammer hier. Dann zeige ich nochmal das Ganze so aus. Der dünnere Teil ist hier und der breitere Teil ist der, wo dann der Haken reingehängt wird. Wie beim Karabiner. Ich schiebe dann einfach den dünneren Teil der Klammer in den größeren Teil des Kugelgewichts. So. Passt auf, dass ihr beide Schenkel reinschiebt. Danach schieben. Und dann guckt das andere Ende hinten raus und an diese Öse, da kommt dann später euer Fluorocarbonvorfach dran. Und so sieht das Ganze am Ende aus. Hier haben wir das Gewicht am Köder und wie man hier sieht, kann der Köder sich in jede Richtung wunderbar bewegen. Und fertig ist das Sheboroschka-Rick. Jetzt kommen wir zur selbstgebauten Variante. Dafür brauchen wir einmal ein Lochblei. Ein Karabiner, eine Klemmhülse und ein Stück Stahldraht. Ganz normaler Stahldraht. Und natürlich eine Zange, mit der ihr die Klemmhülse festquetschen könnt. Dann macht ihr folgendes. Ihr nehmt euer Stück Stahldraht. Das sind fünf Zentimeter ungefähr. Und biegt das zu einem ungleichen V, sage ich mal, oder zu so einem Haken. So, so sieht das Ganze aus. Ungefähr ein Drittel von dem gesamten Stück knicke ich ein. So. Und jetzt nehme ich meinen Karabiner. Und hänge den Karabiner in diesen Haken rein. So. Und nehme jetzt das Lochblei. Und ziehe das Blei. Einmal über das erste Stück. Und dann nochmal über das zweite Stück. Drüber. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt nehme ich eine Quetschhülse. Ziehe sie auch über das längere Stück und über das kürzere Stück rüber. So, und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Karabiner, Blei, Quetschhülse. Jetzt biegt ihr das überstehende Stück, das längere Stück, zu einer Schlaufe. Schlaufe. Und schiebe das auch nochmal mit in die Klemmhülse rein. So. Jetzt sieht das Ganze ungeklemmt erstmal so aus. Karabiner, Blei, Quetschhülse und so eine Schlaufe. So, jetzt nehme ich die Zange und quetsche die Quetschhülse fest. Richtig schön fest, damit das Ganze auch bombenfest drauf sitzt. Und euch das nicht auseinanderflutscht. So. Festgequetscht. Fertig ist die Montage. Jetzt kommt der Köder hier an den Karabiner dran. Fertig ist das Shiburashka-Rig. Das selbstgebaute Shiburashka-Rig. Das sieht dann so aus. Und hier an die Schlaufe, da knotet ihr dann euer Fluorocarbon-Vorfach fest. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Hier nochmal die beiden Montagen im Vergleich. Die untere Montage ist die selbstgebaute Montage. Und die obere ist die, wo man das Ganze komplett gekauft hat und nicht mehr viel machen musste. Außer den Köder auf die Einhängeklammer zu ziehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Und wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser, dass ihr damit viele Fische fangt. Und beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bis bald!